Das Verteilen und Archivieren von Dokumenten ist in vielen Unternehmen eine mühsame und zeitraubende Angelegenheit. Lieferscheine, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und allgemeine Korrespondenz müssen erfasst und archiviert werden. Die Zuordnung der Dokumente in die entsprechenden Vorgänge und Ordner kostet wertvolle Arbeitszeit, die ihre Mitarbeiter produktiver einsetzen können. Die ständig steigende Dokumentenflut lässt vielen Mitarbeitern kaum noch Zeit für die wesentlichen Aufgaben und bringt sie an den Rand der Verzweiflung. Damit ist jetzt Schluss. Kio Appliance Drive Image ist die Lösung für ein automatisiertes Digitalisieren und Verteilen ihrer Dokumente. Einfach die Box an das Netzwerk anschließen, die mitgelieferte USB-Card in ihren Arbeitsplatzrechner stecken und schon installiert sich Kio Appliance Drive Image wie von selbst. Über Ihre Multifunktionssysteme von Kio Sera können Sie jetzt Papierdokumente scannen und in jedem beliebigen Verzeichnis- und Dateiformat abspeichern. Und so einfach geht's. Sie wählen ein Dokument aus und scannen es mit dem Multifunktionssystem ein. Dann wählen Sie das passende Dateiformat aus und der Rest passiert wie von selbst. Und das Beste, das Dokument wird automatisch an den dafür vorgesehenen Ort abgelegt. So wird aus dem Papierdokument ein editierbares Dateiformat. Einfach und zeitsparend. Kio Appliance Drive Image verwandelt bis zu 10 Multifunktionssysteme in digitale Erfasser und Verteiler von Papierdokumenten. Damit verkürzen Sie einfach und effektiv die Arbeitsprozesse rund um Ihre Dokumente. Kio Sera Document Solutions – intelligente Lösungen für Ihren Wettbewerbsvorteil.